Herzlich willkommen zum virtuellen Rundgang hier in St. Pölten. Mein Name ist Katrin Walzer und ich bin Ausstellungsleiterin. Schauen Sie sich um, finden Sie Inspirationen und Ideen für Ihr neues Badezimmer. Wir sind gerne telefonisch, per Mail, aber natürlich auch persönlich für Sie da. Meine Kollegen und ich freuen uns auf einen Besuch von Ihnen.